Erholung und Genuss Action und Power Jedes für sich oder auch alles zusammen. Wo bekommt man das unter einen Hut? Die naturverwöhnte und auch kulturell blühende Ebene zwischen Rhein und Mars bietet hier so einiges und lädt damit zu einem abwechslungsreichen und vor allem erholsamen Kurzurlauf ein. Allein die über 2000 Kilometer Radwanderwege reichen schon aus, um hier mehr als ein erlebnisreiches Wochenende zu verbringen. Was die niederrheinische Küche mit ihren regionalen Spezialitäten übrigens höchst schmackhaft unterstützt und damit jedem Ausflug das kulinarische E-Tüpfelchen verleiht.